Nein! Ich bin tot. Ich auch. What? Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Müssen wir ein bisschen klüger vorgehen vielleicht. Ich will mal ausprobieren den Dreckwurf. Ja, der hört sich auf jeden Fall lustig an. Ich will sehen, wie die husten. Oh, das sieht ja geil aus. Oh. Mit Dreck. Amaterasu, das kenne ich tatsächlich. Ich kenne alle. Das sind auch bekannte Okami, die man so kennt, wenn man nicht am Arsch ist. Okay, ich kenne nur Amaterasu aus Okami. Was denn? Der Dreckwurf sah sehr episch aus. Warte. Mach nochmal. Warte, da ist ein Typ. Ich will den mal am Typen testen. Ja, mach mal den Berserker da. Wer wirft den mal mit Dreck? Er kommt. Warte. Warte, ich gucke dich mal an. Komm her, Dickerchen. Und Dreckwurf. Was? Au! Dreckwurf. Okay, jetzt warte. Komm her. Komm her. Wow. Hammer. Also das Stunty halt kurz, was gar nicht so verkehrt ist. Ich hab Brandfall gekriegt. Ja. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die Rituale unterbrechen. Wow. Okay. Ähm. Das heißt einfach rein oder was? Ja, die heilen sich ja nicht, ne? Also, was hält uns jetzt davon ab, hier einfach mal ganz grob reinzugehen und zu sagen, Fickt euch. Eben. Ah, das sind schon stärkere. Muss aufpassen. Die Roten in der Rüstung sind etwas stärkere Gegner. Jo, jo. Jo, jo. Alles gut, die Hunde machen das. Was müssen wir jetzt, was müssen wir hier machen? Können wir gar nichts machen. Was? Falsche Abstimmung? Hä? Ich hab hier falsche Abstimmung. Ich auch. Was heißt das denn? Ah, brauchen wir irgendwas? Vielleicht? Sollen wir es selber machen oder was? Nee, aber guck mal, da hinten, wenn du, also wenn du in den Stealth-Modus gehst, da hinten ist was grünes. Und vielleicht müssen wir davon irgendwas sammeln und es zu dem Ding hinbringen. Ah. Ich sehe auch was Rotes, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ja, es gibt ja diese drei Schreiner. Was ist hier? Die Laterne. Ich hab jetzt den Sturm. Okay. Okay. Dann geh ich mal hier hin. Wie macht man, wie holt man sich das? Einfach hauen oder? Mit R2. Okay. Okay. Ja, also musst du den Lampen, musst dann so R2 gedrückt halten und dann lädst du da halt das auf und das musst du dann halt bei dem richtigen Portal benutzen. Also grün bei grün, blau bei blau und rot bei rot. Okay. Ich hab rot gerade. Weißt du, wo rot ist? Wo ist der rote Schrein? In dem müssen wir mal gucken. Da ist noch ein Schrein oder so. Das ist eine große Map hier, muss ich sagen. Holy shit. Mein Schwert leuchtet halt auch so geil gerade. Ja. Das sieht mega gut aus, wenn man da Attentat mitmacht. Du hast rot, hast du gesagt, ne? Ja. Dann werde ich mir wahrscheinlich nochmal blau holen. Das ist hier bei mir. Dann haben wir nämlich schon mal was gegen das blaue. Ja, wir müssen jetzt halt noch die anderen Rituale finden, ne? Hast du sehr gut gemacht. Okay, wir mussten nur eins aufhalten. Gut. Wir mussten halt nur das Grüne zum Grünen bringen. Hä, warum gab's jetzt die anderen hier? Ja, vielleicht um malen nach Zahlen oder so mit den Farben darzustellen. Ich glaub, da kommt noch mehr. Jetzt, deswegen gab's vielleicht noch die anderen Farben. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich denk mal, wir müssen jetzt noch mehr zuordnen. Oh. Oh. Wie, Moment mal. Hat mir jetzt nichts gebracht? Ich hätte von da oben, ich war auf dem letzten Stein, hätte den Wurfhaken werfen können, hab ich nicht gemacht. Jetzt muss ich den gleichen Weg wie du nehmen. Scheiße. Nice. Hä? Was passiert hier? Ja, das ist nur... Das ist nur der Weg. Ob du den da hinkriegst oder nicht. Und ich bin zu früh abgesprungen. Okay. Diese Frage nicht. Schluef. Also, der Preis nicht geschockt hat. Ja. Schlürf. Auf geht's. Gleich nochmal. Oh, nice. Was hast du vor? Ja, okay. Oh, da ist noch einer. Ja, da sind mehrere. Die sehen ein bisschen böse aus. Ein bisschen. Aber wir haben Dreck. Alter, die sind voll stark. Ja, die heilen sich irgendwie. Holy shit, ich glaube, wir müssen die Trommel machen. Ey, die gehen auch so. Alter. Du kleiner. Alter. Nee. Fass mich nicht an. Na, alles gut. Alles in der Trolle. Ich vibriere nur ein bisschen. Ich glaube, die musst du auch mit dem richtigen... Also, wenn sie rot sind, musst du sie mit rot schlagen. Ansonsten machst du keinen Schaden bei ihnen. Ah, ich hatte gar kein rot. Ach, du meinst... Ich habe mich rot aufgeladen. Also, wenn die zum Beispiel so diese rote Leuchten um sich haben, weil die die roten hier bei dem roten Schrein aufgeladen haben, musst du die mit dem roten Schrein auch angreifen. Ansonsten machst du bei denen keinen Schaden, weil bei mir sind die dann blau geworden. Ah. Brauchst du Heilung? Ja. Ja. Komm mal her. Der Bild wäre vielleicht nicht schlecht. Heißt du dich auch, wenn du da drin stehst? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Und die nächsten, da ist ein grüner. Oh. Ich bin mal weg, ne? Da ist direkt einer. Kümmer dich drum, Hundi. Hier geht's rein, übrigens. Ja, der Hund geht auch gerade rein. Der Hund ist gerade hier mit ins Lager rein und ja. Oh. Was war das denn? Das war raus. Ja, das war der Papa. Oh, fuck. Ähm. Das war jetzt nicht so gut. Ja, du hast deutlich weniger Schaden an denen. Was haben wir hier für einen Schrein? Den grünen. Wir müssen unsere Waffen mit grün aufladen, ansonsten würde es hier nichts. Ja, ich bin dabei. Ich kann da auch versuchen. Ne, das ist blau. Ist der blaue Schrein. Ne, ist blau und grün. Heiliger. Ja. Oh, shit. Ich kann den nicht ausschalten, okay? Okay, die blauen gehören mir. Ich hab nicht blau aufgeladen. Ne, ich hab nicht. Oh, shit. Der hat sich jetzt grün aufgeladen. Der hat sich jetzt blau aufgeladen. Nein. Oh, shit, ey. Hier ist der grüne. Okay, der blaue Schrein. Ich hab ja noch einen grünen bei mir. Okay, also du kannst dich schädigen, aber du machst viel weniger Schaden. Nein. Ich bin dort. Ich auch. What? Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Müssen wir ein bisschen klüger vorgehen vielleicht. Das war schon schön. Die Hunde nicht reinschicken. Wer macht denn sowas? Ich weiß nicht, woran du sprichst. Ich glaube, die Hunde sollten wir dann möglichst versuchen zu kneifen. Außer es geht ihr auf den Kampf. Warte mal. Ist okay. Ja? Können wir uns hier irgendwie schon aufladen? Hier ist irgendwas nämlich. Da sind schon, ja, das sind rote, ne? Aber die bringen uns ja nichts. Ah, warte mal. Ja, aber die sind ja rot. Ja, ja. Aber das rote hat ein Zeichen und jetzt kann ich, glaube ich, hier auf die Plattform und kann mir Pfeile holen. Weil du siehst ja dieses Leuchten, ne? Ja, stimmt. Das ist das selbe Zeichen wie das rote. Das ist ja cool, aber Pfeile sind halt ein bisschen uncool. Aber warte mal, wir können das Ding ausschalten, oder? Ja, müssen wir auch. Ja, mache ich jetzt auch. Wahrscheinlich nicht gespeichert. Ja, das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Okay. Warum mir das nicht speichert? Also man kann sie halt auch töten, aber nicht die, wie gesagt, die Farbe, du musst die mit der Farbe angreifen, wenn du die Farbe hast. Weil ansonsten machst du halt so gut wie keinen Schaden. Das heißt, wenn du nur jemanden grün siehst, versuch doch nicht mal einen Attentat, weil das wird halt einfach nicht funktionieren. Oh, fuck. Warte. Alter, diese Typen, ey. Okay, ich lad mich grün auf. Ja. Die laden sich auch erst auf, wenn die angegriffen werden. Das heißt, wenn wir alle im Stealth killen, dann haben wir einen Vorteil. Ja. Das verstanden. Ich helfe dir. Ja. Greif an. Los. Scheiße. Ist egal. Greif an. Greif an. Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass es nicht reicht. Ist halt so ein Obermufti. Alter. Jawohl. Also du kannst auch verhindern, dass die überhaupt erst zu den Schreinen kommen. Okay. Siehst du, hol dir den blauen Schrein da. Der hier ist? Ja. Da ist ein blauer und ein grüner. Okay. Ich greife den grünen an, du greifst den blauen an. Aber sicher doch. Da sind aber zwei blaue. Ja, da sind zwei blaue. Aber du musst einen, wenn du einen ausschalten kannst, du musst aufs Hausdach da raus oder aufs Zelt da raus. Und wenn du dann angreifen kannst, sag Bescheid, dann schalte ich den grünen aus, du nimmst den blauen und dann den Rest können wir ja so kennen. Ja. Ich kann angreifen. Okay. Dann los. 3, 2, 1, los. Nice. Okay. Hier ist noch ein blauer. Den musst du nehmen, weil ich bin dabei. Oh, Attentat. Sehr gut. Der hat mich nicht gesehen. Da ist noch jemand auf dem Wachturm. Da kommt noch einer. Okay. Den Wachturm hast du schon? Okay. Ja. Der ist runtergekommen und ist tot. Nice. Dann. Mach mal weg den Scheiß. Ich glaube, wenn du den Schrein zerstörst, dann verschwinden auch alle Kräfte von dem Sohn. Ja. Aber es dauert ein bisschen. Aber ich mag das Prinzip. Ja. Ich glaube, wir müssen da unten lang, oder? Oder da? Aber wenn du in der Schlucht bist, du kannst den Nebel, du musst einmal nach oben streichen auf dein T-Pet. Ja, ich habe gerade nicht gecheckt, in welche Richtung der geht. Ah, da. Okay. Da ist ein Trommel. Brauchst du Energie? Äh, nö. Bin eigentlich so gut wie voll noch. Aber ich, also ein bisschen. Bei mir geht's auch. Okay. Willst du? Ja, also ich habe auch noch meinen Heilkürbis, ne? Ja, 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 okay. Okay, okay. Ja, wir fallen hierher mit seinem Heilkürbis hier, weißt du? Ja, wir fallen hierher mit seinem Heilkürbis. Der holt jetzt erstmal einen Headshottypen da. Und doch nicht. Jetzt habe ich die Scheiße hier am Dampfen, weißt du? Ich wollte den zurückkehren. Ja, okay, das ist ein lustiges Lager. Oh. Hä? Ich habe einen Attentat gemacht. Der lebt trotzdem. Der ist hochgeklettert. Ja. Total witzig. Ich habe den Attentat gemacht und der ist dabei hochgeklettert. Und ist nicht gestorben. Hinter der kommt einer hoch. Ja, da kommt auch ein Berserker. Der hat uns noch nicht gesehen hier. Ich wurde auch noch nicht gesehen, glaube ich. Unglaublicherweise. Pass auf, da kommt ein Berserker. Ja, ich bin runtergesprungen, alles gut. Kannst du den auf dem Hausdach da ausschalten? Können die mit einem Headshot getötet werden? Ich glaube schon, oder? Die Roten können noch mit einem Headshot getötet werden, aber... Tod. Ja. Habe ich schon mal vorgeknuspert, ne? Oh, da ist der... Warte, meinst du Paradedisziplin? Meinst du, ich kriege den in der Mitte auf dem Lager mit einem Headshot down? Oh, das... Versuch's mal. Wir wetten, wenn ich's schaffe, schenke ich irgendjemand von dir mal einen Zap. Wenn ich's schaffe, musst du einen Zap bei mir verschenken. Okay. Oh, ich krieg einen Zap. Shit! Das war der Headshot. Alter, ey. Fein. Den hab ich auch echt verdient. Hilfst du mir? Okay, dann mach ich... Dann mach ich das nach unserer Aufnahme random bei dir. Pass auf, da brennt's ein bisschen. Ja, kannst du mich wiederbeleben? Ja, warte. Ey! Ey, das geht auch nach... Das ist nicht nur Kamerawinkel. Er geht einfach immer wieder hoch, ey. Ja, das ist gut. Dankeschön. Aber wir tun es. Ähm... Okay. Machst du den? Ich mach den? Ähm... Ja. Ja. Fein. Okay. Haben wir noch welche? Anscheinend nicht. Okay. Okay. Da sind die Schreiner. Da ist noch jemand hinter dem Zelt. Ähm... Haben die sich aufgeladen schon? Der eine ist rot. Also die sind rot. Nee, die sind blau. Die blauen hier? Ja. Ach nee. Zwei rote und zwei blaue. Warte mal. Oh, hier ist ein Bienen. Äh, hier sind Bienen. Meinst du Bienen bringen so viel? Ja. Und Rainer. Oh shit, ich werd selbst von den Bienen gestochen. Mh... Hat mich die da angreifen? Ja, Warten. Macht einfach mal so null Schaden, wenn du dich die abgeliefert hast. Wir brauchen was blaues. Ja, ich bin blau. Okay, hier oben ist noch einer für dich. Äh... Okay. Easy. Und jetzt darfst du mich heilen gleich. Der trifft mir in die Seite der Arsch. Der hat dich ja noch mal zweimal getreten. Ja. Einfach gar kein Respekt hier. Okay, die letzten. Jo, Armati, danke schön. Zack. Oh, das hab ich gerade gemacht. Geil. Ich hab auf... Aufgeatmet. Ja, ich hab schon wieder wie. Hm. Ach du Heiliger. Wo bist denn du schon wieder? Da. Ich... Hier. Ich brauch dich. Und du brauchst mich. Ja, ich komme. Ich schleiche mal kurz hier durch. Diese Zaun sind immer so eng, ey. Ähm... Ja... Hol dir den... Den zieh rechts lang. Und jetzt mach die rote Plattform. Warte. Jetzt kann ich nämlich darauf springen. Ah, rot und grün. Das finde ich nice. Äh, rot und blau, ja. Ach nee, rot und grün. Okay, so geht das. Cool. Ich spreche noch ganz kurz Kätzchen. Ich auch, warte. Ach nee, ist ein Hund. Wo ist denn der? Du dummer Hund. Okay. Ach, da ist er. So. So, jetzt müssen wir noch mal... Ich glaube, der letzte Gegner, den wir besiegen müssen, ist diese Uni. Ja. Okay, das wird ein Fest. Wir müssen, glaube ich, erstmal... Ja, wir müssen erstmal, glaube ich, Sneaky ran und alle töten, die nicht einen Buff haben. Weil wenn sie sich den Buff holen, dann ist hier Polen offen. Wir haben drei verschiedene Buffs, wir können uns maximal zwei schnappen. Aber du weißt schon, dass die alle einen Buff haben, oder? Nee, die haben noch nicht alle einen Buff. Das sind nur die Ritualisten, die eigentlich immer den Buff haben. Die, die hier noch rumstreifen, die holen sich den erst, wenn die angegriffen werden, oder? Aber die leuchten schon. Ja, die leuchten schon. Also ich sehe mehr blau leuchten, grün leuchten. Tja, was ist denn da hinten? Aber ich sehe auch keine Wachen, die hier außen rumlaufen. Ich auch nicht. Müssen wir wirklich nur die töten? Das wäre ja schön, ne? Das ist nichts. Okay, was wird es hier für ein paar Fohlen? Alter, guck dir den Mond mal an, ey. Wow. Geil. Ähm, hinter dir. Ich nehme blau. Es steht gerade hier so, ganz praktisch. Dann hole ich mir mal grün. Das ist nämlich hier ganz praktisch. Dann müssen wir mal mit rot klarkommen. Da muss sich einer von uns danach rot holen. Okay. Ich habe auch, glaube ich, nur einen grünen, oder? Es gibt zwei blaue, einen grünen, zwei roter. Nee, es gibt zwei grüne. Und dann sehe ich den einen nicht. Ach doch, da ist der andere grüne, ne? Ja. So, bist du bereit? Warte, wollen wir Kopfschüsse versuchen? Wir können versuchen, ja. Okay, dann such dir mal einen aus, der dir gefällt. Ja, ich habe hier einen. Okay, dann zielen und auf drei schießen. Zielen? Eins, zwei. Zwei, drei. Oh, scheiße. Okay, also es tötet die nicht, aber die verlieren ihren Waffe. Ich habe das Schild getroffen, tollerweise. Okay, der erste Gründe ist tot. Der zweite Gründe ist nur ein Bodenschütze, der geht schnell. Ich hole mir mal einen roten Buff. Da ist der rote Buff. Ja. Kannst du, kannst du, kannst du kurz kommen? Ja, ich komme. Irgendwie hat er mich mit zwei Schlägen niedergemacht. Oh, danke schön. Das war gut. Scheiße. Der rote Gründe, ja. Ja. Oh, shit. Jetzt haben wir noch den einen blauen Namen. Okay. Ich glaube, das war es noch nicht alles. Wo ist denn Grün? Da kommt noch irgendwas. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich werde mich mal kurz heilen. Mach das. Ich brauche keine. Oh, cool. Ich wurde noch niedergestreckt, ey. Easy. Ich will auch diesen Kürbis, ey. Das war gut. Das war gut. Oh. Äh, grün. Äh, blau meine ich. Blau. Äh, blau, grün und rot. Wir haben alle drei. Ich hole mir mal grün. Ja. Ich habe blau. Shit. Ich hole abgehalten. Ich habe jetzt zwei in der Backe. Warte, dann wurde ich jetzt zuerst rot. Shit. Okay, ich habe rot. Alter. Alter. Was macht denn endlich, Uni? Okay, einer ist tot. Ich hole mir den grünen. Jawohl. Hablau. Ich hole mir den grünen. Oh, okay. Oh, okay. Gishiki war zubussare. Hanjya no kuwadate wa mi o musubas ni o watta. Okay. Hey, wieso geht's nicht? Ah, jetzt. Hey, nice. Hallo? Bist du da? Ich werde mal so ein bisschen hier Flöte spielen, ne? Was? Ich habe nur gewartet. Ich wollte gucken, was du machst. Ich habe auch mal in der Flöte gespielt. Ja, ich habe es gesehen. Oh, gute Kunai bekommen. Besser als Dreck. Oh, Dreck und Kunai, glaube ich. Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Sanitätskit. Okay. Du hast mehr gekillt, leider. Tode, 1,4. Ey, du hast mich wieder erlebt. Das zählt nicht. Oh, Mann, ey. Oh. Oh!